Mit dem Eintreffen des Frühlings und der Wiederbelebung der Natur zieht es uns ins Freie, wo der Wunsch, unsere Gärten in ein Paradies nicht nur für uns, sondern auch für unsere sechsbeinigen Freunde zu verwandeln, stärker wird. In diesem Eifer erscheint die Idee eines Insektenhotels als elegante Lösung, um Bienen, Käfern und Co. eine Zuflucht zu bieten. Doch Vorsicht ist geboten. Denn die Wahrheit, die oft im Schatten bleibt, ist, dass nicht jedes Insektenhotel dem Nutzen entspricht, den wir uns wünschen.